Musik Hi, willkommen zu den Braille Studios Leute kennen mich vom Hören, aber auch von Videos Heute zeige ich, was ich in Leo wie am liebsten spiele Nettlich Flottenadmiral, hier ist auch ein Rollenspiel Am Titel seht ihr, was ich bin, doch ich mach ein Geheimnis draus Strecken nenne ich sowas und langsam gehen die Reime aus Fünf Zeilen sind doch vor mir, reiß mich mal zusammen, Mann Du weißt eigentlich genau, dass Google dabei helfen kann So, wie sind wir stehen geblieben? Ach, genau beim Admirat, mein Damage ist echt übertrieben Echt mal, richtig anormal Ich war einst in Melee-Klasse, die im Welt nur unnütz war Doch das hat sich jetzt geändert 20 Meter, oh, mein Speed 30% allein nur Passiv zu erhöhen Junge, gibt's was Geileres? Blizzard, danke schön Drei Fakten kann ich werfen, bis zu 40 Meter Scheiß mal auf den Schatten, ich renne, ich enter meine Gegner Ich bin ein Schurke, schleiche durch die kalte Nacht und wecke mit Kanonenschüssen Die ganze Nachbarschaft Ich bin ein Schurke und wer sich meiner Widersätze, wird von meinem dicken Säbel hinter Rücks zerfetzt Ich bin ein Schurke, ein kleiner geiler Schurke, nicht einfach nur ein Schurke, Mann Meine Gegner zu bestechen und durch Mordlust zu zerhänseln, das ist das, was ich am besten kann Gesetzlosigkeit, Schurke? Alter, was ein Name, Mann Blizzard sagt mal ganz im Ernst, wie man auf sowas kommen kann Naja, ist ja auch egal, dafür bin ja ich jetzt da Schurke wird jetzt übernommen, ist ja auch viel einfacher Das Gift hättet ihr den lassen können und Rauchbombe war auch nicht schlecht Per Zufall zu entscheiden, welchen Waffe ich krieg, ist ungerecht Das, wenn ich mir geblieben ist, darf ich dann wohl als Gnade sehen So, jetzt wurde genug geflampt, fängt mir das erst zu verstehen Ansonsten ist er echt gelungen, den habt ihr wirklich gut gemacht Pistolenschuss ist ganz okay, der Brock ist echt ne Augenbrach Die Poste ist auch ganz was feines Gegner, wie sie selber schlagen Sowas wird sich wirklich gern, um Trash-Aus besser zu ertragen Mir ist da noch ganz egal, was ich mein Waze so koste Greifhaken, Kling, Wirbel, ab geht die Reposte Von euch drauf, dass er genervt und lange hält das eh nicht an Denn so wie ich Blizzard kenne, sind die an nem Nerf schon dran Ich bin ein Churke, schleiche durch die kalte Nacht und weckel mit Kanonenschüssen Die ganze Nachbarschaft Ich bin ein Churke und wer sich feiner widersetze, wird von meinen dicken Säbeln hinter Röchseffekt Ich bin ein Churke, ein kleiner, geiler Churke, nicht einfach nur ein Schurke, Mann Meine Gegner zu bestechen und euch mordlos zu zerhätseln, das ist das, was ich am besten kann Denk an den Churken Ich bin ein Churke, schleiche durch die kalte Nacht und weckel mit Kanonenschüssen Die ganze Nachbarschaft Ich bin ein Churke und wer sich meiner widersetze, wird von meinen dicken Säbeln hinter Röchseffekt Ich bin ein Churke, ein kleiner, geiler Churke, nicht einfach nur ein Churke, Mann Meine Gegner zu bestechen und euch mordlos zu zerhätseln, das ist das, was ich am besten kann